Drei Nischen, die aktuell für deine Agentur 10.000 Euro plus pro Monat abwerfen. So, hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte mit euch heute über drei aktuelle Nischen sprechen, die wirklich für deine Agentur 10.000 Euro oder mehr pro Monat abwerfen können. Wir haben genau diese Nischen vor allem gerade bei uns in den Agenturen in der letzten Zeit benutzt und konnten dort wirklich sehr, sehr gute Resultate erzielen. Genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich nehme einfach ein kurzes Video auf, um euch da abzudaten, damit ihr das für euch eins zu eins so kopieren könnt. Bevor ich jetzt aber zur allerersten Nische komme, habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier in diesem Video eine Blue Light Brille zu bekommen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur ein Kommentar schreiben, das Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann werden wir im nächsten Video direkt bekannt geben, wer eine Blue Light Brille gewonnen hat. So, jetzt kommen wir aber zur Nische Nummer 1. Steuerberater und Rechtsanwälte. Bei Steuerberatern haben wir aktuell bei zwei, ja sagen wir mal Feldern, sehr, sehr großen Bedarf. Und zwar Punkt Nummer 1 ist allgemein die Digitalisierung, denn Steuerkanzleien versuchen gerade allgemein ihre Kanzleien mehr zu digitalisieren und da gehört natürlich auch dieses ganze Feld Social Media, Online Marketing und so weiter mit dazu und ist auch nicht mehr wegzudenken. Und das andere Feld, was eben bei Steuerberatern, Steuerkanzleien und auch Rechtsanwälten aktuell sehr, sehr relevant ist, ist das Thema Mitarbeitergewinnung. Fast jede Steuerkanzlei oder Rechtsanwaltskanzlei, die ein bisschen größer ist, sucht Azubis, sucht Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter und du hast eben die Möglichkeit, das Ganze über Online Marketing sehr, sehr günstig für die zu machen. Oftmals ist es sogar so, und das ist vielleicht ein kleiner Hack für dich, viele haben Angst wirklich an Rechtsanwälte zu gehen und die anzusprechen, weil sie irgendwie denken, ja sie kriegen da sofort eine Abmahnung, whatever. Deswegen rufen da nicht wirklich viele Agenturen an oder gehen auch nicht wirklich viele Agenturen auf Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltskanzleien. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist extrem groß. Deswegen Steuerberater und Rechtsanwälte aktuell definitiv zu empfehlen. Kommen wir zur Nische Nummer 2 und zwar die Immobiliennische. Und nein, ich meine jetzt nicht irgendwie einen Immobilienmakler oder irgendein kleines Maklerbüro, so ein Franchisebüro oder so, wo ein, zwei Leute drin sitzen, sondern ich meine wirklich größere Immobilienbüros. Das können Wohnbaugesellschaften sein, das können größere Immobilienmakler sein, whatever. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Unternehmen auch sehr, sehr großen Bedarf aktuell haben an erstens der Digitalisierung und zweitens auch an dem Thema Mitarbeitergewinnung. Denn auch diese Unternehmen haben erstens Budget, um wirklich auch Geld ausgeben zu können. Und du hast natürlich hier auch Unternehmen, die aktiv immer weiter ausbauen wollen, die ständige Team erweitern wollen. Und von dem her bist du natürlich als Social Media Agentur, die sehr spezialisiert auch Mitarbeiter reinholen kann, sehr, sehr gut dafür geeignet, eben dort auch Mitarbeiter reinzuholen. Deshalb Immobilienbranche, größere Immobilienbüros nur zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zur goldenen Nische Nummer 3. Und zwar Krankenhäuser, Pflegeheime und Reha-Zentren. Und das ist vielleicht jetzt etwas, was die wenigsten von euch gedacht hätten. Und zwar haben diese ganzen Unternehmensgruppen, wenn man es so sagen kann, im Gesundheitsbereich eine Sache gemeinsam. Sie suchen händeringend Mitarbeiter. Und wir haben in letzter Zeit wirklich mit vielen Krankenhäusern gesprochen, auch Reha-Zentren gesprochen, kleineren, größeren, auch Pflegeheimen. Und sie haben alle, wie gesagt, eine Sache gemeinsam. Sie suchen Mitarbeiter und sie bekommen teilweise überhaupt keine Mitarbeiter über herkömmliche Methoden, wie Zeitungswerbung, irgendwelche Stellenausschreibungen und so weiter. Weil gerade die jüngere Generation einfach vielleicht diesen Job nicht wirklich attraktiv findet. Und von dem her ist es für dich als SMMA oder als Online-Marketer die Aufgabe, diesen Job wieder attraktiv darzustellen und über die sozialen Medien eben dort Mitarbeiter reinzuholen. Und da ist die Nachfrage aktuell extrem groß. Und du kannst dabei eben auch zwei Dinge. Und zwar einmal, du hilfst diesen Unternehmen, die wirklich auch was Gutes tun. Und du kannst dabei auch wirklich nochmal sehr, sehr viel Geld verdienen, weil, wie gesagt, für gerade solche Unternehmen einfach fast keine andere Möglichkeit aktuell besteht. Und ich kann wirklich euch fast garantieren, dass wenn ihr diese drei Nischen beherzigt, dass ihr einen großen Zuwachs an Kunden haben werdet, so in den nächsten Wochen auch einen großen Zuwachs an Umsatz haben werdet. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn euch solche Videos wie die hier gefallen, dass ihr mir einfach ein kurzes Feedback in den Kommentaren da lasst. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was aktuell so eure Nischen sind, bei denen ihr unterwegs seid. Und wenn du aktuell dich dafür entschieden hast, wirklich jetzt eine eigene Agentur aufzubauen, was aktuell wirklich die beste Zeit ever ist. Oder wenn du sagst, hey, du willst deine jetzige Agentur wirklich auf das nächste Level bringen, dann kannst du einfach mal die Links hier in der Videobeschreibung abchecken und dann kannst du dich nämlich für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und ansonsten, wie gesagt, nimm gerne auch noch an dem Giveaway von der Blue Light Brille hier teil. Dazu einfach einen Kommentar schreiben, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann bist du direkt dabei. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.